Ich knall gegen jede Wand, die ich sehe, das ist doch nicht wahr! Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Skydrift, wieder zusammen mit der Janka, hallo, dem Björn, hallo, dem Meridum, hallo, und Ramses, ja, eine weitere Runde, Power Rennen, genau. Abschießen, einfach nur Krieg. Krieg. Und da sterbe ich auch schon. Oh Gott, alles explodiert. Wir hoffen natürlich, dass es diesmal nicht so buggt. Ja, wir haben extra das Spiel jetzt neu gestartet, in der Hoffnung, dass es hilft. Das funktioniert seit Jahren bei meinem Computer auch. Neustart hilft. Schon oft soll ich dort Ruf drücken. Ah, verdammt. Loll. Jetzt wollte ich mich reparieren und hab die falsche Taste gedrückt. Ja, schießt denn da, Meri! Ich weiß nicht. Natürlich! Nein. Das Spiel hat dich verraten. Wow. Verdammt. Ach, verdammt. Björn versteckt sich immer hinter Wänden. Gar nicht. Meri! Was ist denn los mit dir? Was ist verkehrt? Rache! Nein! Waffel vorhin. Ich hab gar nichts getan. Nein? Nein! Oh, diese Wurzeln. Ich erinnere mich. E-Map war das. Wer schießt da? Ey! Ich bin's nicht. Rache! Ja, ja. Wofür? Verstehe ich nicht. Was? Na für eben. Was war da? Nein. Er hat mich getötet. Ach. Das würde er nie machen. Hast du dir eingebildet. Ja, nehmt ihn doch alle in Schutz. Sauerei. Jetzt fehlt mir fast das Headset vom Kopf. Ah! Rakete! Rakete! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ja, ich kann das einfach nicht. Blöde Zielerfassung da. Soll ich mir ne Rakete voll gegen die Hand besetzen? Ah! Och, Mann. Ah. Wer auch immer hinter mir fliegt, war auch für den Raketen. Ja, das denk ich mir auch grade. Ah. Aber bisher hab ich Glück. Ich konnte jeder vermeiden. Hallo! Hallo! Na? Auch mal hier. Na komm, noch eine. Ah! Hey! So ein hin und ja hier. Ah! Hä? Bin abgestürzt? Warum? Ja, wenn... Au! Vergesst um nachzutanken? Ja, das ist schon am ehesten. Geh weg, Rakete! Geh weg! 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 Oh! Das war ein Flugmanöver. Meine Fresse. Janka spielt doch irgendwie ihr eigenes Spiel. Ja! Ja! Boah! Das war aber spannend! Nichts passiert! Ihr spielt ja alle nicht mit mir! Ihr seid ja alle nur gemein! Was? Uh! Falsche Richtung! Oh nein! Falsche Wand! Ah! Holla, die Weife! Mann! Ich dachte ich kann mit dem Schild durch die Mine fliegen! Glaub nicht! Es waren wohl zu viele! Nein! Oh! Oh! Janka! Hihihi! Miri! Da war echt nur ein Stahlträger und den haben die mitgenommen. Hast du dir so gedacht mit deiner Mine, ne? Ja! Ja! Ach, wie gibt! Gibt's doch nicht! Mine! Oh! Was macht ihr? Seid ihr denn schon wieder mal? Oh! Ich hab' einen Kaffelfinger! Gibt's ja nicht! Alter! Oh mein! Oh mein! Ich muss meinen Finger mal bewegen! Gibt's noch Krämpfe? Gibt's noch Krämpfe? Oh! Das macht so Spass! Aber jetzt funktioniert es auch wieder, oder? Tatsächlich! Neustart hat uns nicht geholfen! Wir starten jetzt jedes Mal neu! So! Spiel! Wir haben richtig geschaut! Ne! Wir waren ja vorher auch beim Kaffelf! Beim Power-Rennen! Ach! Gibt's doch nicht! Oder? Ich war eigentlich immer! Weil im Speed-Rennen auch! Naja! Aber Neustarten dauert jetzt ja nicht so lang! Wenn es hilft, ist ja cool! Hör auf! Nein! Ich wollte mich doch gerade reparieren! Ich müsste ein Rennen gehen, wo man so viel Wände wie möglich mitnehmen muss! Da wär' ich gut drin! Das wär' mal was anderes! Woll' ich grad' sagen! Was mach' ich denn? Oh! Das war ja sehr... Gibt's doch schon für das Neue? Ja! Ihr habt keine Chance! Mist! Trotzdem noch weit vor mir! Nein! Also eigentlich Letzter bin! So bin ich ja hier! Das kann gar nicht sein, dass ich so weit vor dir bin! Ich krieg' Schüsse ab! Ja! Weil ich so gut schießen kann! Welcher Auto eben! Schwer zu grafen! Rad doch nicht alle! Ey! Hör auf! Wir haben versucht ja auch zu entkommen! Warum nicht? Nein! Schanka! Was? So! Jetzt aber! Wer schießt denn jetzt schon wieder auf mich? Ich war's nicht! Ich auch nicht! Ich würde dem kein Wort glauben! Ich kling' nicht sehr vertrauenswürdig! Nein! Oh Gott! Hat doch bestimmt selbst auf sich geschossen! Ich hab' keinen Lust mehr! Ich hab' keine Rakete! Ja! Weg damit! Oh! Ist eine Rakete abgeschossen! Ist sie dann überholt! Genau! Ja! Skill Baby! Skill! Der liegt da unten! Ich weiß' nicht! Hu 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 hu! Ich auch! Diese Mien! Ey! Weißt du auch! Sammeln die immer! Was? Gekillt von Ramses? Hm! Boom! Oh Gott! Wer macht denn so'n Scheiß? Wer deckt die Mien? Ich frage mich auch gerade! Ich... Ich knall gegen jede Wand die ich sehe! Das ist doch nicht wahr! Uh! Doppelabschuss! Wo kam der denn her? Von mir! Okay! Außen vom Flugzeug kann man nicht rumfliegen! Ne! Können wir ihn auch schon probieren! Oh! Naja die Mien sind für mich halt die einzige Chance momentan! Ah! Besonders wenn eine Rakete auf mich zufliegt! Hast du es je geschafft die wirklich abzuwehren die Raketen? Oh Mary! Ja! Ja! Ehrlich? Bisher hat mich keine... Ja bisher hat mich keine der Raketen getroffen! Wer sagt denn das das meine Raketen sind? Ja wer sonst? Du bist hinter mir! Ja und? Aha! Was? Du bist abgestürzt! Willst du mich verarschen spielen? Komm schon! Komm schon! Nella! Ah! Ah! Nella! Nein! Nein! Ah! Fast! Wie Mary und ich immer das gleiche Problem zu haben scheinen! Ja! Entweder uns gegenseitig oder... Ja! Ja! Wenn man im richtigen Moment die Mine ablegt, dann fliegt die Rakete direkt rein! Also ich habe es noch nie geschafft, ich habe da auch richtig genug Geduld! Huh! Aber schön! Das macht echt Spaß wenn man dann alle mal im gleichen Universum ist! Jetzt müsste Free Spirit noch dabei sein, dann hätten wir noch einen Meme! Ach das wäre so schön! Irgendwann schaffen wir das noch! Auf jeden Fall! Wir hatten doch einen mehr, aber den mochtest du ja nicht! Nein! Der war ja so gut! Das war wahrscheinlich der Free Spirit und Yanka hat ihn einfach unbenannt! Ja! Nein! Guck nachher bei... Muss ja bei Steam so heißen eigentlich, oder? Ja! Ja! Die Namen bleiben ja gleich! Das heißt ich gucke gleich mal wer das ist! Ob man den irgendwie kennt! Aber ich kenne ihn nicht! Voll die Stalkerin! Ja! Läuft bei einem das Rennen noch? Bei mir nicht! Bei mir läuft es auch noch! Bei mir läuft es auch noch! Also... Bei mir ist noch Video! Also... Fliegt irgendjemand noch? Nein! Ja! Dann... Äh... Ja! Sind ja alle Bugs gefixt, ne? Mit dem neusten! Alles gefixt! Gar kein Problem! Gar kein Problem! Ja! Ach so, war eine schöne Strecke! Also unfassbar! Ich gucke mir die jetzt schon seit 5 Minuten an! Ja genau! Seit 12 Minuten nehmen wir auf und seit 5 Minuten guckst du dir dieses Video an! Genau! Okay, ähm... Wenn mein... Wenn mein Flugzeug nicht brennen würde, würde es auch schön aussehen! Ich geh mal zurück zum Menü! Ja! Okay! Ob jetzt die Aufnahme? Nee! Okay, dann machen wir noch eins! Wir werden zum Haus getrennt! Jupp! Power rennen! Habt ihr eine Wunschstrecke? Migration begrennt! Er beginnt! Nein! Alle auf einmal! Okay! Alle auf einmal! So! Einladen! Schwupp! 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 Und schwupp! Und hier, man kann kurz gucken, ich habe keinen Gekinal in meiner Freundeswüste! Nein! Nehmen wir noch ein anderes Flugzeug! Okay! Mich ärgert das, dass der Skin jetzt eben weg ist! Ich hatte hier eben den Skin freigeschaltet, den da... Weg! Einfach weg! Ja! Aufnahme dazu ist leider auch weg! Nee, die ist noch da! Hoffe ich mal! Ja! Wer macht denn... Ach nee, wir machen keine Ansage, ne? Irgendwie bin ich heute in Ansagemodus! Möchtest du gerne Ansagemachen? Du darfst gleich in der nächsten Folge nochmal Ansagemachen! Nein! So! Nein! Ich habe heute schon so viel reden müssen! Ja! Oder mach einfach eine Mittelsage! Mach eine Mittelsage! Genau! Hallo! Hallo! Immer noch bei... Oh, verdammt! Ich trinke gerade! Bei Opa? Jetzt hat das Spiel einfach um mit noch ein Frechheit! Seid ihr da? Ja! Also ich bin vorne! Aber warum... Warum kann ich keine Power-Ups einsammeln? Achso, weil ihr unsichtbar seid und die vor mir einsammelt! Ja, klappt ja super! Ja, wir haben nicht neu gestartet, aber nix! Ja, ich bin... Doch, jetzt sehe ich euch! Ach, da lang muss ich! Okay! Zu müssen! Sind wir ihn erwischt? Ne, natürlich nicht! Also, Marzauro teleportiert sich immer wieder! Oh nein! Der hat immer wieder das Geld! Ja! Marzauro hat mich auch gerade erschossen! Der Schießert! Ach, da wissen muss ich! Das mache ich nicht! Ich bin Pazifischt! 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 Wo kommst du denn her? Der Dialekt ist einfach zu geil teilweise! Pazifischt! Wer? Ja, du! Ich! Oder ihr! Ihr macht das... Ich glaube, ihr macht das alle, oder? Pazifisch! Ich spreche einfach nur undeutlich! Ach so! Ich bin Berliner! Ich bin Berliner! Miam, 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 miam! Ich spreche Til Schweiger! Und das hier mit dem Erster und sowas, das kommt aus Sachsen! Ah! Ich kenne mich da überhaupt nicht aus! Ah! Ich bin so Dialektemäßig echt so total an... ich kann das überhaupt nicht zuordnen! Ich habe Probleme, Dialekte zu verstehen, das... Oh, ich war hier unten noch nie, glaube ich! Oh! Was soll das? So sieht das hier aus! Aha, aha! Oh nein! Na! Hahaha! Ich habe mich doch gerade umgeschaut! Kannst du doch nicht machen! Ja, hättest du mal besser nach hinten geschaut, ne? Wie ging das noch? Ah, so geht das hier tatsächlich! Oh! Hm! Ja! Wuhu! Ich habe mir irgendwie direkt ersetzt mit einer neuen! Ah! Ah! Oh Gott! 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 WTF! Das hat mich jetzt erschreckt! Bam! Was macht ihr da vorne? Bam! Wo seid ihr? Hey, das sind meine Sprüche! Flüchtigung! Ah! Zwei Zentimeter voll im Operaturmobet! Ja, danach wäre ja auch blöd gewesen! Nee! Johann ist noch da? Ja, ich bin noch da! Okay! Vielleicht glaube ich! Vielleicht dich, äh, vielleicht dich oben rechts immer nicht sehe! Ah, jetzt bist du da! Ja, jetzt zweiter! Also noch bei mir! Nee, Moment, ich bin Zweiter nach mir, ist irgendwie doof. Ich wollt grad sagen. Wir wissen, was du meinst, aber es war irgendwie falsch. Oh Mann, ich brauch Wurst, gib mir Wurst, Mann, oh. Was, Wurst? Wurst, ich brauch Wurst. Ja, gib mir ein Wurstbrot. Oh, ich mag Wurst gar nicht. Oh nein. Und deswegen willst du sie aus dem Flieger schmeißen. Genau. Wie bei Werner dann, der Wurstblinker. Der war allerdings süß. Der war doch nicht süß, der war zweckmäßig. Das macht eigentlich die Reparatur, wenn man zwei davon einsammelt. Doppel-Reparatur. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so durcheinander gerade. Hey. Nein. Huch. Huch. Was? Ach, oben drüber geht mich. Nein. Nein. Huch. Huch. Haben sie? Das ist irgendwo direkt vor mir, aber ich krieg ihn einfach nicht. Was, Yanka? Wo kommst du plötzlich her? Weiß ich nicht. Nein, hör auf. Hör auf. Jetzt fühlt es sich an auf Yanka. Hopp. Das ist doch gemein. Oh, Wurst. Gib mir Wurst. Hier ist ein Wurst. Nein. War das der Wurst, den du wolltest? Nein. Ist das der Wurst, den du wolltest? Nein. Du musst dich jetzt auch mal entscheiden. Nein. War das der Wurst, den du wolltest? Nein. Oh Mann, du trugst doch nicht. Das ist so gemein. Ich hatte noch eine Doppel-Rakete. Oh Mann, der war für Björn. Ja, da will wohl nichts, ne? Ein alter Damsen. Oh ja. Der probiert es mit allen Mitteln. Jetzt hat er ein Schild an, jetzt nicht drauf schießen. Ach verdammt. Ich hab' gesehen. Nein. Hör doch mal auf, ich bin euer Freund. Echt? Ja. Gut, dass du es sagst. Du hast einen Freund in mir. Ach man. Ich hab' ich eingesehen, der durch die Wand geflogen ist und deswegen dachte ich, da geht's lang. Ging's aber nicht. Okay, gut zu wissen. Bin ich gerade vorne? Tut mir leid, Ramses. Ja, ja. So gucken, was das Spiel dir sagt. Das durfst du mir immer noch nicht. Bin definitiv nicht vorne. Oh, und dann auch noch abstürzen. Das kann ich. Aua. Da legt er erst mal ne Mine. Ja. Was soll denn das? Zu Recht. Zu Recht. Manu! Kann ich's mal einsammeln? Über die Minen rum. Nein! Nicht? Nee. Okay. Das tat ein bisschen weh. Aber nur im Abgang. Und zerf sich. Manu! Tumme leid. Hör mal ab! Naja. Erst einmal mehr in oben, jetzt über du. Ich wollte gerade führen. Ich wollte dich bitten, jetzt zu werden. Nein! Das ist das Einzige, was ich jetzt noch sage. Mann, du hast gerade die Referenzlein gesammelt gehabt. Wann? Aua. Ah, Faki. Faki? Faki? Hast du gerade Faki gesagt? Ja! Aber zum Mom. Lass mein Faki hin. Stimmt. Nein! Sag ich doch. Das kann doch nicht sein. Nein! Nimm die Rakete wieder! Ah! Wieso ist Janka gerade unsichtbar? Mann, Mann, Mann. Bin ich? Ja, verwirrt uns. Die ist cheated voll. Ich finde, die schmeiß mir als nächstes raus. Oh Mann. Oh, dann klaut er mir doch die Miene. Er brennt doch schon. Nein! Ja, danke. Miri, du. Alter Vater. Ich glaube, man Zaro ist bei mir am Rennen. Ich glaube, ich mag mich heute verändern. Umwagen. Ah, nein! Wende Referatur! Ich bin hier zwei. So, warte, 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 warte. Ja, das geht. Damit kann ich... Boom. Ah, fuck. Boom. Meine Wände und ich. Ah, fuck. Du musst jetzt auch hier runter. Komm echt nicht an euch ran. Ich weiß nicht, ob da ein Bug liegt, aber... Hätte ich sich die ganze Zeit nur hin und her teleportieren. Ja, ich leider auch. Na! Nein! Ich bin ernst. Ich sehe zwar die Power-Ups immer vor mir verschwinden direkt. Oh, was ein Kampf gerade. Oh, ja. Nein! Oh, Yanka! Ja, 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 ja. Ah, nein, noch eine Runde! Oh, Gott! Ich dachte, das ist eine Runde! Hä? Jetzt sind alle, jetzt sind alle bei mir Teleporter. Oh, Gott, ich hab so ein Herzraschen. Äh, Raschen. Oh, ein Herzraschen. Ich hab so ein Herzraschen gerade. Kann ich mir denken. Erzählt was von... Ja, ich kann das nicht einschätzen mit den, äh... Akzenten. Akzenten, aber... Raschen, raschen. Also, hast du schon in der Tasche, hast du immer was zu naschen. Sag. Das kriegen wir ab und so offen. Du sprichst doch auch, äh, Tilschweiger. Nee, nee, nee. Dann bin ich alle ein bisschen Tilschweiger. Äh, bist du bereit? Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, wie er spricht, weil ich glaube, ich hab nie was von dem gesehen. Ich hab nie was von dem gesehen. Ich hab irgendwen überholt. Ja, Mann. Rausgeflogen. Wie, du kannst mal meine Mine überholen? Hä? Ich bin jetzt in Hauptgenüge. Nein, warum? Hä? Ich spüre überhaupt nicht. Du warst zu schnell. Wir hatten doch so ein klasse Kamm. Oh, Rampel. Ja. Warst du langsam? Hallo, wie oft hast du mich schon gekillt? Ich kann mich auch nicht erinnern. Ich glaub, ich war langsam, das Spiel dachte, ich bin AFK. Anders kann ich mir das nicht erklären. Entschuldigung, wahrscheinlich bin ich nur deswegen vier, da du rausgeflogen bist. Nicht, weil ich gut geflogen bin oder so. Na, 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 nein, 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 nein. Doch. Ah. Mann, oh, warum war das Spiel nicht eben zu Ende? Das krieg ich nur noch Minen, weil Björn alles andere einsammelt. Ja, so läuft das manchmal im Leben, ne? Ja, ja. Und sterblich. Jetzt stirbt er. Ja, ja. Wie? Ah. Komm, ich will mir übrigens mal einmal in die Ziele kommen hier. Saat es, Janker. Ja, gar nichts. Ich weiß gar nicht, was du willst. Schmoll. Schmoll. Ja, Hashtag Schmoll. Zumindest bin ich ins Ziel gekommen. Christoph. Nee, irgendwie nicht, oder? Achso, doch, ja. Aber mir wird keine Zeit angezeigt. Warum wird mir da keine Zeit angezeigt? Mir auch nicht. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Komisch. Sehr schade. Es wird wahrscheinlich nur Meri, du, um sie gesehen, aber da ja leider rausgeflogen ist. Ja. Sehr schade, dass Meri rausgeflogen ist. Also das Spiel hat gar keine Bugs. Nö. Gar nicht, überhaupt null. Nö, das läuft einwandfrei. Das ist absolut in Ordnung. Wollen wir nochmal neu starten? Es ist kein Bugs, es ist ein Feature. Ja, ich würde auch sagen, wir starten nochmal neu. Ja. Damit Miri auch wieder mitmachen kann. Juhu. Und damit es vielleicht auch wieder funktioniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.